Erich Hanzi, Sie sind zurück aus Schweden, die Mannschaft DUNINZA, die die Sensation geschafft hat in der Youth-League. Herzliche Gratulation für eine riesige Leistung auswärts. Merci vielmals, ich werde das sicher den Spielern weitergeben und den gesamten Staff. Es war wirklich fantastisch und ich glaube, wir sind sehr stolz auf unsere Jungs und müssen einfach nur gratulieren. Wir mussten wirklich schnell aufrollen, was war. Die erste Runde, ihre Aufflieg, hat man verstanden. Nachher in der zweiten Runde 3-0 verloren, zu Hause im Bankdorf, also mit einer riesen Hypothek auf Schweden reisen müssen. Und hat nachher dort wirklich das Wunder geschafft, hat der Match gekehrt, 3-0 gewonnen, im Penalti schiessen sich qualifiziert. Erzähl ein bisschen, wie liefst du dann? Gut, ich schaue noch schnell zurück auf das Hinspiel. Ich muss sagen, wir haben dort wirklich nicht unseren besten Tag erwischt und ich glaube, der Gegner war sehr effizient. Darum haben wir uns sicher trotzdem Chancen ausgerechnet und wir haben den Match sehr gut vorbereitet. Beziehungsweise der Trainerstaff hat hier hervorragende Arbeit geleistet. Wir haben die Spieler auch mental vorbereitet und haben einfach zu verstehen gegeben, dass sie daran glauben müssen, wir glauben sie, sie müssen sich glauben. Und nur so ist nachher das kleine Wunder auch möglich gewesen. Und es ist ja eigentlich optimal gelaufen. Man ist früh in Führung, hat früher nach der Pause schon 3-0 geführt, aber hat dann trotzdem noch mal zittern, weil man letztlich noch Rothopp bekommen musste. Genau, es ist eigentlich fast abgelaufen, wie wir es uns gewünscht haben, bis eben die rote Karte passiert ist. Aber ich glaube, auch dort haben wir gesehen, wie die Mannschaft solidarisch aufgetreten ist und einfach, dass das verteidigt hat, sehr gut. Wir haben sogar noch die Chance, das vierte Goal zu schiessen. Das haben wir leider nicht geschafft. Aber ich glaube, für das Dreibuch war es dann perfekt, dass wir erst im Benalti-Schiessen sind weitergekommen. Wir haben jetzt ein unglaubliches Benalti-Schiessen gegeben. 9 zu 8 hat man gewonnen, also die ersten acht Schützen von beiden Teams haben alle die Benalti gemacht. Das ist eigentlich auch noch außergewöhnlich. Ja gut, vielleicht kann man hier erzählen, dass Christian Franke eine sehr gute Idee hatte. Am Vortag haben wir Benalti geübt, um auch den Jungs zu zeigen, wir glauben daran, wir haben eine Chance, noch weiterzukommen. Und so ist es dann eintroffen, dass Benalti-Schiessen stattgefunden hat. Und sie haben mehrheitlich sehr, sehr souverän geschossen. Und auch dort haben wir gesehen, dass sie einfach sehr fokussiert waren, konzentriert und am Schluss absolut verdient gewonnen haben. Und es zeigt, es ist viel möglich, auch mit sehr kleinen Chancen kann man gewisse Wunder schaffen. Und ihr seid das erste Team, das in der UEFA-Jufflieg tatsächlich geschafft hat, so einen 3-0-Rückstand noch zu kehren. Das ist auch eine spezielle Geschichte. Ja, natürlich. Und ich kann nur wiederholen, wie stolz wir auf diese Jungs waren. Denn es hat auch von ihnen den Glauben gebraucht, unglaubliche Mentalität auf den Platz zu bringen, ihre Leistungsbereitschaft zu zeigen. Und ich glaube, auch dort vom ersten bis zum letzten Spieler, sei sie auf dem Platz gestanden oder nicht, haben dort ihren Beitrag dazu geleistet. Und ich glaube, nur so ist das auch möglich gewesen. Vielleicht noch mal schnell ein Wort zu dir. Du bist natürlich alle UEFA-Fans, einen Begriff und jeder kennt dich. Aber was ist deine Rolle jetzt dort gewesen, bei der UEFA-Jufflieg im Staff des Teams? Gut, ich bin Talentmanager, ich habe dort Spieler in dem Team, den ich betreue. Und natürlich kann man dort auch immer mit den Spielern reden, sie vorbereiten, über Sachen besprechen, die eintreffen werden oder auch nicht. Und so ein wenig darauf vorbereiten, was passieren könnte. Und es geht natürlich darum, dass wir die Jungs weiterbringen, dass wir sie jeden Tag versuchen, besser zu machen. Und da helfen natürlich alle mit, das bin ich nicht nur allein, aber das ist sicher eine Aufgabe von mir. Und jetzt überwintert man mit der UEFA-Jufflieg. Kannst du schnell sagen, wie geht es weiter? Ja, wir werden gegen eine Gruppenzweite spielen, die eben die Gruppenphase gemacht haben, haben Heimrecht. Und ja, das ist der nächste Match und ich hoffe vor allem, dass die Leute zahlreich erscheinen und die Jungs verdient, dass man sie voll unterstützt. Also vielleicht noch mal zur Erklärung. In der UEFA-League spielen die U19-Mannschaften von allen Champions-League-Teilnehmer ebenfalls eine Gruppenphase. Und die haben jetzt in der nächsten Runde gegen so eine Gruppenzweite. Da gibt es ein paar grosse Namen dabei. Sag ich doch noch schnell, wann ist die Auslosung und wann ist denn vor allem der Match? Also die Auslosung ist am nächsten Dienstag. Die Zweite sind Worte zum Beispiel Inter Mailand, Juventus, Ajax, Dortmund, Frankfurt. Das sind sehr namhafte Gegner und wir freuen uns schon riesig auf das Spiel. Das Spiel wird im Februar sein. Das Datum genau kann ich nicht sagen, aber im Februar. Und es wird einfach ein Match sein. Also mit einem Match zu Hause im Bankdorf hat man dann auch wieder die Chance, wieder eine Runde weiterzukommen und gegen eine Gruppe Sieger zu treffen. Also schöne Aussichten. Und ja, wir freuen uns auf diesen Match und nochmal herzliche Gratulation. Danke, Eric Hensi. Danke vielmals.